Axe aber er die Hälfte sich der der Wunder werden zu Zombies nicht ob ein Gott die Gemeinde wie das Gott muss nicht nur die Gäste ich habe ich habe auch nicht weiß nur nur noch viereinhalb Prozent hat und fünf Jahre alt an den Krieg auf die Zukunft Panik Panik aber er hat den anderen Krieger schon getroffen Stürmer A ich kaufe mal ja genau das kaufe ich mir das ist gut ein Leggy Creeper und jetzt habe ich noch drei essen das heißt ich kann nicht mehr wegrennen Max, helf mir gar nicht soll ich jetzt Wagel wegzuretten durch den dunklen Wald nein ich bin nämlich gerade auf dem Weg zu dir weil du mich erfindest bist du so an so einem fetten Berg vorbeigekommen ja da bin ich da ganz außen rum ich bin eigentlich bei dem Wald an der Küste an der Küste vom Wald ich bin auch an der Küste bloß hier ist ein Zombie und zwei Creeper solange es kein Skelett ist ist mir eigentlich egal aber ist auch schon hier hast du mal in Ding Minecraft äh Mindsea Ding hast du schon mal gespielt was oh jetzt weiß ich ein Block Wasser ein Block Wasser ein Block Wasser ein Block Wasser hässliche Gegend ne bist du da in der Nähe ja du müsstest dann wenn du da einfach auf dem Ding bleibst und immer der Küste entlang hüpfst dann müsstest du nach einer Weile an den NPC Dorf ankommen und da in der Nähe bin ich doch ich kann hier gerade nicht raus weil auf dem Dach von dem Haus wo ich bin eine Spinne krabbelt ich hab ne Idee sehen können du machst das Dach ich mach das Dach kaputt ein Block breit aaaah oh bitch slip au shit was ist ich bin gefallen ok die Spinne ist tot ich hab sie kaputt gemacht aaaah eine Kuh und das fahrt ich schaffte entgegen Max wo bist du bei diesem Block Block Wasser Max wo bist du ich bin Hilfe da müsstest du an so ein Ding kommen wo so komisch hohe Bäume sind ja bin ich vielleicht nein hast du den Kästchen noch dabei mein Spiel hat wieder den verfickten Backdorf dass ich nichts machen kann Fick dich hast du noch den Kästchen dabei weil ich nix in zwei boah verpiss ich Minecraft verpiss ich Minecraft äh mein PC soll sich verpissen meine ich ja ich hab ein Kästchen dabei ja muss ich finden dann sehe ich nämlich 4 ich sehe da hinten noch ein mehr Wabe man sind Bienenstock ich sehe die an dem Baum hängt ich schaue schon ob ich dich irgendwo sehe ich muss dafür zu los kein Fall der Mensch wir haben hast du nicht viele ich ausgehungert bin ich sehe dann jetzt ich weiß wo drei Waben sind hier ist auch noch eine Wabe was für eine grüne ach so ich sehe eine grüne gerade ich hab sie schon abgebaut okay dann ist es nicht bleibt aber am Berg bleiben ne aber nicht mehr an diesem Fetten ah ich hab das endlich zieht doch okay warte dann das ist ja mitten im Wald sag ich doch ich komm jetzt von der Seite wo das Skelett im Wasser rumhüpft ich komm jetzt zu der ich bin jetzt in dem Haus wo du gekämmt hast okay ich gehe rüber wo die Wabe war das ist doch schon ganz ausgeräumt ich dachte oh da ist ja eine Schmiede m was springt da wohl für mich aus anscheinend gar nichts anscheinend verpiss dich du blöde Spinne verpiss dich okay jetzt hab ich nichts mehr zu befürchten jetzt hab ich keinen Hunger mehr naja ich hab's zertrampelt und ich spring weiter also du hast ja echt so einen fetten Baum abgebaut Max hilf mir oder ne du hast ein Block von so einem Baum abgebaut und jetzt aktualisieren die sich alle der Worte nachfragen das ist gut krepp aber es sind doch was drei Bienenstöcke sind ich komme Max woher du bist im NPC doch da wo du dich hinfasst oder die Nacht verbracht. Ah, da bist du unten! Ich seh dich! Kommst du hoch? Shisha Boy One! Warte, da sind... da sind Karotts. Au! Schau, ich krieg dann sogar einen Herzfallschaden, ey! Und ich? Zweieinhalb! Oh, nice. Oh, Bücherregale! Bücherregale! Nehmen wir mit, weil wir irgendwann uns ja auch das entscheiden wollen. Ist das ein Server-Luck? Naja, das ist ein Server-Luck. A very, very much large server-bug. Hey, geil! Ich kann da unten sehen, was da ist. Das sind Diamanten. Ich will da hin! Wo bist du? Den Steinberg hochgegangen. Na, komm mal runter wieder, bitte. Komm zu dem Haus, wo du gestern Nacht warst. Hier liegen jetzt überall Sepplings, weil die Bäume so... so... eigentlich geil aussehen, aber jetzt so... wegen den Glöcken, die muss so komisch werden. Oh, 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 Robin, wo bist du? idede Flucht. Hat sich doch gerade gesehen, du warst doch hier! Ich bin bei dem Haus, wo du warst. A lado da 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 da! Hier, komm, folgst mir! Ich kann nicht! Da kann ich nicht, da ist ein Worldpuck! Da kann ich nicht drüber! Dann musst du dir Blöcke einzeln anklicken, so an der Seite, wo die sind. Oder du machst einfach einen Vlog. Jump Style! Hilfe! Du musst den Blog, wo du draufstehst, anklicken im Grunde, also an die Seite von dem, wo du sehen kannst. Komm ich nicht mehr hin! Jetzt hat es mich rausgehauen. Flying is not a name, bitte um das selber. Oh mein Gott. Geht's jetzt? Ja, jetzt ist alles viel hell. Viel heller. Viel hell! Viel hell! Junge, komm, Kesha. Alter, immer wenn ich jetzt Kesha sage, muss ich an Kesha denken. Hier die Berglieder. Tick, zack, on the clock! Tick, tack, am Sack. Ich habe schon eine Bienenwahlbe abgebaut, aber ich habe keinen Platz mehr in meinem Inventar. Ja, dann hol ich's. Ich habe noch viel Platz. Ja, viel Platz. Kannst du überhaupt sehen, wo ich bin? Du stehst da immer noch auf der gleichen Stelle rum. Ja, ich hab's. Komm. Wo bist du? Du stehst da immer auf einer Stelle. Den Berg runter. Oha, du bist gerade über mich gesprungen. Auf der anderen Seite sind noch zwei Waben. Also jetzt nochmal übers Wasser. Oder mich mal wieder. Einfach hier jetzt wieder mit Akku. Ah, jetzt kann ich dich mal wieder laufen sehen. Und hier hängt irgendwie, ich weiß nicht, die ist irgendwie cool. Wo? Hier, ganz oben. Hängt eine am Baum. Wo bist du jetzt hin? Fertig, weit oben. Weit, 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 weit. Das ist rotes Wespennest. Ja, nicht das. Das ist woanders. Da, das eine hab ich kaputt gemacht. Wo bist du jetzt hin? Da hinten, da hinten ist noch eins. Wo bist du? Komm zurück. Das hab ich jetzt auch. Komm zurück. Nein. Hier ist noch eins. Ein anderes, das wir noch nicht hatten. Welche Farbe? Weiß. Aber nicht so wie im Schneebium, sondern ein anderes Weiß. Okay, dann komm ich eben wieder zurück. Und wir hatten auch keine, die an Bäumen hängen. Doch. Echt? Was werfe ich weg, das werfe ich weg für die Biene. Nein. Sammle die Biene an! So. Da, was ich sammle. Sammle, das was wegschmissen lassen. Wo hängt der Sammbaum? Da rechts. Nein, nicht so weit. Wieder zurück. Ganz an der Spitze von dem Hügel. Ah, da hängt er. Und an der Küste. Genau. Der Kescher ist kaputt. Hast du noch Wolle? Nein. Hast du noch Fäden? Was? Hast du noch Fäden? Nein, die hab ich vorher weggebrochen. Warte, hier wird sich bestimmt irgendwo ein Schaf rumtreiben. Da wird es bestimmt jemand in den Schaf... und holst dir. Ich hol's mir von hinten. Du holst ihm einen dort unter. Es hat aber keine Wolle bei sich. Ja, ja. Ja. Hast du noch Holz? Ja. Außerdem, wir sind hier in dem Wald. Ich hab den Bienenstock jetzt mit der Hand abgebaut. Natürlich. Also, ich mach schnell ein... Carafting Table. Was hast du denn jetzt runtergeworfen? Rosen. Nein. Nicht die Rosen. Ich schluss. Falsche Richtung. Aber nice. Ich bin jetzt irgendwie unabsichtlich runtergespielt. Hast du hier wohl... What the fuck? Du hast keine Stöcke gehabt. Jetzt sag... Sag mir mal, wie man jetzt das baut. Also... Also, erstes Feld... von oben links ist das erste Feld. Ja? Stock. Stock. Dann... Dann die Wolle. Also die Mitte oben. Wolle? Dann Stock. Stock. Dann die zweite Reihe. Alles Stock. Ah, okay. Und die dritte Reihe. Mittel Stock. Warte, ich werf dir was zu. Oh, Kupfer. plan. Ja, vier. Died.